Monsignore Rainer Böck, Diözesanbeauftragter für Flucht, Asyl, Migration und Integration oder kurz gesagt auch Flüchtlingsbeauftragter. Wie sehen Sie denn, Monsignore Böck, wenn man so die Zeitungen liest, die Nachrichten verfolgt, die aktuelle Lage in Bezug auf Geflüchtete, die zu uns nach Deutschland wollen? Die Lage ist zweifellos angespannt, weil sehr viele zu uns kommen, zu der über einer Million Ukrainerinnen und Ukrainer, vor allem ukrainische Frauen mit ihren Kindern, kommen auch wieder übers Mittelmeer oder auch aus Afghanistan und anderswo her, sehr viele zu uns. Die Unterbringung der Menschen ist eine ganz große Herausforderung, aber auch das Hineinführen ins Berufsleben. Wir dürfen da auch nicht so optimistisch sein. Allein 17 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer, die bei uns sind, haben geregelte Arbeit bisher gefunden. Trotzdem sollten wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das wäre der völlig verkehrte Weg. Es war ja erstaunlich. Und da kann man nur das Wort der alten Bundeskanzlerin Merkel bekräftigen. Wir haben es geschafft und wir haben es ja in erstaunlicher Weise auch die erste Aufnahme der Ukrainerinnen geschafft, sodass die Mentalität, die sich im Moment aufbaut, die Mentalität der Abwehr, in meinen Augen nicht gerechtfertigt wird. Und gesamtpolitisch gesehen habe ich die größten Befürchtungen. Wir hatten ja bisher gerade von der Ampelkoalition Signale in ihrem Koalitionsvertrag, dass die Aufnahmepolitik menschlicher gestaltet werden sollte. Im gemeinsamen Konzert mit der EU scheinen die Dinge jetzt in eine ganz andere Richtung zu laufen, nämlich Geflüchtete überhaupt nicht mehr in unser Land kommen zu lassen, sondern die Aufnahmeverfahren an die Außengrenzen zu verschieben. Und in meinen Augen kommen die Geflüchteten dort nicht zu ihrem Recht. Wie unterstützt das Erzbistum München und Freising die Arbeit mit Geflüchteten trotz aller Schwierigkeiten, finanziell, personell? Das Erzbistum München und Freising unterstützt die Flüchtlingsarbeit in ganz hohem Maße. So eine grobe Nummer ist einmal so sechs, sieben Millionen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was sich aktuell an Notwendigkeiten ergibt. Und darauf hat die Diözese immer sehr, sehr großzügig reagiert. Hat auch reagiert, nachdem es in der Ukraine mit dem schlimmen Krieg losging, hat die Diözese ja das Erzbistum auch sehr schnell reagiert. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir haben da sehr schnell reagiert in der Erstaufnahme. Wenn Sie sich erinnern, am Münchner Hauptbahnhof war ein großer Ort des Willkommens, den die Kirche im Wesentlichen gewährleistet hat, dieser Infopoint dort. Und dann sind wir aber auch sehr schnell eingestiegen, über die Struktur, die wir haben in unserer Diözese, den Geflüchteten erste Hilfe sozusagen zu leisten. Schwieriger wird natürlich dann der Prozess des längeren Aufenthaltes. Ganz wichtig ist natürlich sozusagen die Unterstützung dieser Menschen durch Helferkreise. Auf diese Helferkreise können wir nur stolz sein. Diese Helferkreise sind ganz, ganz wichtig. Es ist ja jetzt unser Interview auch rund um einen runden Geburtstag. Da darf man ja so viel verraten. Haben Sie denn, Sie haben so viel Unterschiedliches gemacht und machen noch? Haben Sie ein Lebensmotto und wenn ja, welches? Ich kann sagen, ein Lebensmotto ist vielleicht überraschend kurz, nämlich nur das Wort Verstehen. Ich habe das ein bisschen übernommen von Frère Roger aus Taizé, der auch gesagt hat, die Kirche muss sich heute wandeln. Wir können nicht mehr die sein, und das sehen wir gerade in der jetzigen Zeit, die ständig belehrend mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt gehen, sondern wir müssen Verstehende sein. Und das Verstehen, gerade im Blick auf das, was ich mit Flüchtlingen erlebt habe, ist natürlich das A und O der Arbeit. Wenn wir wieder die sind, die Großen, die Besserwissenden, für die Geflüchteten, kann die Arbeit miteinander nur schief gehen. Wir müssen auf Augenhöhe einander begegnen. Wir müssen verstehen lernen, was bringst du mit? Wie kann das, was du mitbringst, für uns auch wieder nützlich sein? Wie kann das Beste, das in dir steckt, gehoben werden? Ein wunderbares Motto, wenn sie auch nur ein Wort verstehen. Herzlichen Dank, Monsignore Böck, Diözesanbeauftragter für Flucht, Asyl, Migration und Integration. Dankeschön, alles Gute für alles Weitere, was Sie anpacken. Verstehen. Schön. Ich danke.